Yo Leute! Und damit bekommt's uns zur Spark Challenge! Jaaa! Und wieder mit dem dummen Flash! Oh ja, ist das geil! Weiter geht's! Kennzeit verlieren! Nee! Weil ich bin ja beim Westfall immer gestorben! Musst du gleich Weightshoe machen hier! Weil er blöd ist! Nein, Mann! Und ich hatte die Kürbissamen! Voll ärgerlich, ey! Aber sowas ärgerlich! Kann man die nun mit Weizen füttern oder auch locken? Weiß ich nicht! Probier's doch einfach! Probieren geht über Studieren! Ja, aber ich muss halt noch warten bis es dunkel ist! Na Gott! Ich hab keinen Bock zu verrecken! Naja, ich hab's heil nach Hause geschafft! So ist das ja nicht! So, ich versuch jetzt mit meiner Orientierung wieder nach Hause zu gehen! Ich hab kein Dorf gefunden, zweites! Mhm! Ich hab echt nur ein Fahrt! Aber zumindest kann ich gleich mir ein Bett machen! Was man aus Wolle nicht... Keine Fäden machen kann, ne? Geht bei! Bei Fäde-Biest! Ja! Mit Masturator! Da ja! Wär's doch mal dunkel! Oder mit Yuvii-O-Meta! Nein, mit Yuvii-O-Meta ging das nicht! Das ging ja nur! Brrrr! Du armer Junge! Du Blödkopf! Ich weiß ja nicht, was du suchen willst! Beziehungsweise haben willst! Wolltest du mir ne Angeln machen! Achso, ne Angeln hab ich! Apropos Angeln! Ich könnte eigentlich gleich angeln! Ich hab nämlich keine Strings! Oh! Soll ich dir zwei abgeben? Hehehehe! Er ist so gemeinst immer wieder! Leute echt! Hatet ihn mal! Nein! Okay! Hatet mich ruhig! Hey Tabelle! Ey Centos, soll ich dir mal was sagen? Hm? Meine Orientierung, ne? Das ist wie ein Stück Brot! Ey, ich bin eindeutig ein Schwamm da drinne! Ich glaub ich baue mir nen Kompass oder so, wenn ich das habe! Ja, ich hab nur kein Eisen dafür gerade, sonst würde ich mir auch nen Kompass bauen! Oder zumindest ne Karte bauen, damit ich weiß, wo ich hingehen muss! Ja, weil du es ja, wenn du auch rausgehst, trotzdem am Rand hin kannst! Naja! Es wird dunkel! Ja toll, bei mir! Naja, ich hab Mittags und ich versuche jetzt wieder nach Hause zu gehen! Warum nehm ich eigentlich Eisen mit, wenn ich los rein? Ich bin doch blöd! Weiß ich nicht! Nimm mal lieber noch Essen mit! Ja, ist noch mit dabei! Gut! 5 Finocoin! Ach, das reicht doch nicht! Ja, aber mehr habe ich nicht gesehen! Da ist mein Haus! Ich hab mein Haus gefunden! Oh mein Gott! Ein Creeper! Verreckt du Mistvieh! Verreckt! Verreckt! Und gestorben! Haha! Ne, der Creeper! Nicht ich! Schade! Okay! Woher kommen jetzt die Creeper? Das war noch nicht mal wirklich dunkel! Weiß ich nicht! Sechs Eisen! Sechs Fischer! Jawoll! Fickt euch doch! Na! Du darfst doch nicht immer das F-Wort benutzen hier! Ich hab nichts gesagt! Ich hab nur gesagt, ich lieb euch doch! Haha! Und ich hab Bett auch gemacht! Jawoll! Nicely! Warte mal! Hier kann ich doch nicht schlafen! Wenn ich das anhebe, dann tue ich das einfach nach unten! Ich renne jetzt mal ab in die Savanne! Viel Spaß! Ich hab ja eine Neon, da sind schön Kühe! Meinst du, findest du was? Meinst du, findest du ein Dorf? Vielleicht! Du hast es nicht verdient, ein Dorf zu finden! Klar! Mehr als du! Nein! Ich hab schon eins! Ja! Deswegen! Ich hab das auch mehr verdient als du! Nein! Doch! So! Erstmal ein paar Eisenwerkzeug machen! Jetzt nehme ich noch ein paar Fackeln mit! Der ist so gemein zu mir, ne Leute! Nein! Das kannst du nicht immer sagen! Er hasst mich! Behaupte das nicht! Doch! Was war es? So, jetzt nämlich noch... Das ist ein Enderman! ...Holz mit! Und jetzt werden wir mal schnell versuchen, noch ein bisschen was zu machen! Ach, du kannst nur Nacht schlafen! Ja! Du mich auch! Kannst auch sagen! Schleck mal! Oh ja! Schleck mal! Aber jetzt versuchen, schnell nach unten zu kommen! Ja! Ich kann wissen! Welche Höhe bin ich denn hier? Kehr! Was? Kehr? Du hast keine... Nein! Ich kann wissen! Du bist gemein! In der Savanne! No! Das ist nicht wahr, ey! Doch! Das hat er auch echt gefunden! Verdammt! Ich muss aber erst mal Belko klären! Weißt du, dass es noch schwieriger Melonsamen wird, spätig! Ja! Obwohl... Ne, stimmt gar nicht! Ich brauche nur einen Emerald, da kann ich den eintauschen! Dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe! Weil da war glaube ich... Da war nämlich Melonsamen? Ja! Da war nämlich einer, der wollte einen Emerald gegen sieben Melonen! Wieso? Dann hätte ich einen Melonsamen! Ähm! Zack! Kürbisse! Komm schon! Komm schon! Kürbiskerne! Welche Höhe! Ach! Ich kann noch ein bisschen runterbuddeln! Zack! Warte mal! Das ist jetzt... Du bist ein Arsch! Folge 8! Folge 8, ey! Du bist ein Arsch! Ja Leute, ich schreib mir das mal ganz kurz auf! Denn du bist ein Arsch! Nicht wundern! Ja, ich weiß! Ich hab mal Arsch! Und? Du bist einer! Oh, was ist denn hier los? Hallo! Hallo! Guck mal, noch ne Pferde! Guck guck! Ich seh jemand! Hallo! Ich möcht gern was verkaufen! Ich seh dich nicht! Schade! Hallo! Oh! Zwei Küfer! Warte mal! Er kommt nicht hoch! Das ist gut! Aber ich komm... Wo warst du denn? Boah! Ich renne jetzt einfach irgendwo hin! Jawoll! Oh! Ein Küfer ist noch da! Gold! 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 Ich könnte die Kühe jetzt auch mitnehmen, oder? Nee! Komm! Ich kill die nur! Ich find da irgendwo schon noch welche! Hoffentlich findest du gar keine, dass du extra so weit latschen musst! Ich bin sowieso schon weit gelaufen, also! Boah! Da sind auch noch mehr Pferde! Heftig! Naja, da hast du jetzt ne Ebene gefunden! Hä? Esel! Esel gefunden! Naja, ist ne Ebene! So, schnell Eisen und Gold sammeln! Und jetzt brauche ich gleich irgendwo! Damit ich mir wie diesen Kompass so ne Karte machen kann für meinen Orientierungssinn! Hm! Boah! Ist das ein super Berg! Okay! Wo ist denn mein Eisenspitzhacke da? Da! 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 Man muss aber, darf nie was in der Hand haben, um hier aufzusteigen, ne? Weiß ich nicht. Ne, ist wirklich so. Ich bin nicht so pferdesüchtig. Ich bin eher der Bekloppte. Ich glaube, man braucht aber auch einen Sattel, um aufzureiten, ne? Kann sein. Ich glaube, ja. Hey, du Vieh, lass mich drauf. So, erst mal ein bisschen Kohle, noch eins snacken. Oh, du hast mich lieb. Ehe, dich hat keiner lieb. Doch, das fährt, ja. Öh, du hast irgendwas falsch gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, wie man einen Sattel baut. Ich glaube, die findest du nur, oder? Mit Leder und Eisen. Ne, ganz normale Sattel. Ich glaube, die ging aus Leder. Naja, mit Leder und Eisen, glaube ich. Komm schon. Komm, wir mal, ne wirkt bei uns gut. Das Deck Eisen wäre jetzt geil. Dann kann ich mir eine Eisenrüstung machen. Schon viele Errungenschaft. Ich dachte, die wollten das ändern. Warum? Was hast du denn jetzt schon wieder erreicht? Mit, ähm, ja, Werkbank bauen. Achso. Weiß ich nicht. Ach, die hätten so rauslassen können, die Errungenschaften. Das wollte der Mensch. Ne, ich dachte, die wollten das auf dem Server speichern. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Bei mir müssten sie dann ja auch wechseln, die Errungenschaften, oder? Ne, bei mir sind sie noch da. Keine Ahnung. Boah, alles voller Pferde, echt jetzt. Geh mir mal wieder eins ab. Ne. Bist du nett. Hoffentlich nicht. Doch. Nein, hast du nicht verdient. Doch, klar habe ich das verdient. Nein. Weil ich habe ja schon mal verdient, wieder den nächsten Punkt abzuhaken. Nämlich mein Bett zu machen. Ja, ne, hast du auch nicht. Doch. Jetzt habe ich... Jetzt ist echt alles voller Pferde. Ja, dann hast du eine Wiese, beziehungsweise eine flache Ebene gefunden. Nö. Nicht, weil eigentlich findest du die nur in flachen Ebenen. Steht so mindestens da. Boah, ich... Gibt's hier kein Redstone oder so? Ein Dungeon? Nein. Das ändert Bock da an. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Boah, wie scheiße bist du denn? Ich sehe das. Ich mache mir mal einen Screenshot davon. Boah, nein. Ich kann durch die Erde durchgucken, durch den Junkfehler. Das... Ey, komm, lass das cheaten. Du bist disqualifiziert. Nein, das kann ich nicht. Du bist doch nur beleidigt hier. Boah, das ist... Ey, das ist... Das ist Bug-Using. Ja, was kann ich denn dafür, dass ich das sehe? Ich kann da nichts für. Hier ist eine Schlucht. Da unten ist Wetzelsorn. Springe ich da jetzt runter? Da unten ist Obsidian. Ey, springe ich jetzt hier runter? Also, die Koordinaten... Hups. Sind... Egal. Zack. Gespeichert. Boah, das ist gemein, ey. Weil das ist ja nicht verboten. Ey, komm, das ist doch voll unfair. Ich habe das nur zufällig gefunden. Ich weiß auch nicht, warum der rumspackt mit dem Laden bei mir. Kann ich das nicht auch mal eben haben? Wobei ich 10 GB zugewiesen habe. Na ja, vielleicht habe ich 5,5 oder sowas. Das reicht. Der braucht ja nicht. Ich kann auch noch mehr zuweisen, sonst ist das ja nicht. Ja, klar. Ja, klar. Könntest du. Ja, vielleicht nicht. Und das ist nicht wahr, ey. Da findet ihr wirklich ein Dungeon. Ich fände die ganze Zeit nur ein Grader aus. Aber das zählt ja erst, wenn man den wirklich gefunden hat. Ja, aber dann musst du auch da lebend rauskommen, ne? Ich muss da reinkommen, da zählt das nämlich schon. So, jetzt müssen wir noch Diamanten finden. Na komm, irgendwelche Diamanten müssten noch irgendwelche hier rumliegen, oder nicht? So. Boah, ey, diese Schankfehler gerade, das ist nervvoll. Ja, ist klar, nervt voll. Du freust dich doch. Diese Dungeon habe ich doch schon gefunden, also. Ja, das ist doch, das ist, nein. No, Glück gehabt, ey, nicht in Lava reingefallen. Boah, jetzt habe ich Material nicht. Bisschen nervig ist das gerade schon. Ja, das hat mich richtig eingestellt. Boah, leck mich am Zug, Galli. Nö. Elf Minuten sind wir. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Nein, das ist nicht. Doch. Nein. Das beginnt jetzt wieder, ne Wüste. Ich bin jetzt einfach nur geradeaus gelaufen. Das ist Gold, ich will kein Gold. Kack auf Gold. Obwohl, ich brauche Gold für den Appel. Hm. Wie komme ich da jetzt am schlausten dran? Obsidian würde ich mir jetzt noch finden, wenn ich mit einmal ein Tor finden würde. Warum? Ja, warum wohl? Wegen Bücherrat. Ja, da würde ich mir ein Portal bauen. Ach so. Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, ich stelle mich jetzt in die Ecke und will nicht sterben. Nein, bitte, ich sterbe. Oh oh. Wieso? Ich bin Lava gewesen. Yay. Oh, da war noch ein Lava-Spot. Oh nein. Oh doch. Oh, ist das ey. Warum immer ich? Wo muss ich denn jetzt runter? Da oder da? Da muss ich lang. Darum würde ich sagen, ne? Darum. Also, ich bin schon wieder gestorben, also das ist ja eine andere Sache. Ich glaube, ich hätte einen Discount einsetzen sollen. Ja, nee, ich meinte es, ähm, in der Zeit, wo die Zeit jetzt abläuft. Also, bevor es zu Ende ist, das wird schon wieder dunkel. Nein. Na ja, wir haben ja noch ein bisschen. Aber das ist gerade ärgerlich hier. Ach, Meno. Ich hätte mir unterwiegend schon die ganze Zeit ein neues Bett bauen können, ne? Ja, hättest du mal machen sollen. Aber da hast du da den Sporn, ne? Ja. Aber ich weiß, wo ich hin muss, um zurückzukommen. So ist das ja nicht. Du bist bestimmt in einer Richtung nur gelatscht. Bin nur gerade ausgelaufen. Na ja, gut. Das ist ja was anderes. Ich sehe mein Material. Yay. Yay. Nein. Kommst du da jetzt hoch? Ich bin gerade in der Wüste, aber ich finde hier kein Dorf. Eine Festung. Ist doch richtig so. Klick mich. Nein. Das kannst du selber machen. Nein. So, Spitzhacken. Ach ja. Axt runter. Boah, schweres Essen. Gleich spawnen die scheiß Monster. Gib mir mal das Gold. Gib mir mal schnell noch das Eisen. Ich will da hoch. Aber kein Diamant gefunden. Leider. Schade. Oh, da hast du eine scheiß Hexe. Ja, das wäre auch ein gutes Ziel geworden. Mhm. Mieses Ziel. Ja, ist auch ein mieses Ziel. Ja, aber guck mal. Was waren da noch für miese Ziele? So Kürbisse und so weiter sind ja auch mies. Und am Ende den Ender Drachen, ne? Ne, oh, da musst du Infinity auf dem Bogen haben. Hey Zombies. Wollt ihr sterben? Nein, wollen wir nicht. Beug dir doch. Hahaha. Oh, oh. Weißt du, mittlerweile müssen wir gleich aufpassen, ne? Wie dir Zeit. Komm, Spider. Komm, 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 komm. Komm, Spider. Ich stehe da ab. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß schon, bei 40 geh ich so meist bei Off-Log ausloggen. Off-Log? Off-Log. 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 Genau. Du brauchst schon wieder so ein scheiß Skelett mit einem verzauerten Bogen. Nein, 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 nein. Nein, ich verrecken, ich verrecken, ich verrecken, ich verrecken, ich verrecken, ey. Verreckt. Scheiße. Jawoll. Hoffentlich hat es sowas... Auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme noch da hinkommen, ganz schnell. Weil Zeit ist gnädig gleich rum. Na gut. Dann würde ich sagen, wenden wir die Folge noch. Dann gehe ich mal raus. Ich würde sagen, ich bedanke mich wieder fürs zu gucken, so wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.